Unser Bürohund Louis rennt unheimlich gern durch Schlampfützen oder über Kuhweiden und wälzt sich im Gras und jeder weiß wie ein Hund danach aussieht und vor allen Dingen wie er riecht. Also probieren Sie unser Aktivshampoo aus, vollkommen natürlich auf der Basis von aktiviertem Wasser mit Lindenblütenextrakt, was die Durchblutung fördert und auch für sensible Haut geeignet ist. Das Tier wie gewohnt einschamponieren, gründlich ausspülen und vor Zugluft schützen. Viel Spaß beim Waschen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017